Liebe Leute, heute sind wir hier wieder bei Star Wars Battlefront 2 im Angriff auf Quaid. Ne? Das ist wunderbar. Das heißt, äh... Wir sind im Angriff? Ne, Moment. Sind wir nicht in Verteidigung? Aber wir spielen den Angriff. Soldaten. Wir sind Verteidigung. Wir verteidigen Quaid. So. Leute, ich bin wieder verwirrt. Ihr merkt schon, Rebellen. Ich hoffe, ich könnte heute meine Lieblingsheldin, Ray, nochmal ein bisschen spielen. Ich finde die nämlich sehr dufte. Und das wäre schön. Das wäre wunderbar. Go, go, Power Rangers. Na, ich glaube, du bist schneller als ich da, wa? Du Arsch, Alter. Du Arsch. So, Granate machen wir mal da hin. Dann hole ich mir den hier. Komm schon. Komm schon. Nein. Warum? Warum hast du abgebrochen? Er guckt zu mir. Ah. Ich seh nix. Ich bin komplett blind. Okay. Heiliger Bim Bom. Komm schon. Komm schon. Spawn erneut. Komm schon. Komm schon. Spawn erneut. Au. Ich hab nicht aufgepasst. Ja, Leute. Jetzt passiert, wenn man nicht aufpasst, ne? Ach, come on. Ich will doch nur direkt Waze spielen. Ist das denn wieder zu viel verlangt? Komm mal auf, im Kampf zu sein. Danke. Komm zurück. Wir brauchen dich. Haha. Ich war voller Dicks. Ich hab die Spieler nur beschädigt, aber nicht getötet. Gut. Die Granate ist zwar genau neben den hochgegangen, aber was soll's, ne? Was soll's schon. Nein. Ich bin so schlecht. Ich will unbedingt Punkte machen und das macht mich zu aufgeregt. Wisst ihr, was ich mein? Ich mach dann zu krasse Fehler. Weil ich unbedingt die Punkte will. Oh. Hass. Ich bin echt zu dumm. Sorry, aber ich weiß nicht, was ich hier treibe. Ich bin einfach viel zu blöd. Der ist schön im Fahrzeug am Rumrasieren. Nein, hab ich. Granate, Freunde. Ja. Nein. Die Granate ist sich erwischt. 3.900 Punkte. Ich bin jetzt gerade noch in Führung. Ich hoffe, das bleibt so. Äh, wo kommen wir hier raus? Ah, hier. Granate! Immer nur raussterben. Okay, das war's. Ich wurde geholt. Schade. Das war's dann wahrscheinlich. 300. Ich hatte es fast. Ich hatte doch fast den Helden. Ich brauche noch 200 Punkte. Äh, warum hab ich den... Warum mach ich den kein Damage? Warum hab ich den kein Damage gemacht? Kann mir das irgendwer verraten, warum ich den jetzt überhaupt keinen Schaden gemacht hab? Ich hab volle Kanne auf den Gegner geballert. Das ist doch wieder richtig, richtig lächerlich. Ehrlich. Mann. Das war's doch wohl mit Wage spielen, direkt. So, hier. Du blöd, Mann. Respawn. Okay, der eine hat schon einen Helden. Ich hasse es. Ich hasse es. Wirklich, wirklich, wirklich. Das spielen wir Luke. Vielleicht schaffen wir das, Luke zu picken. Dankeschön. Äh, ich sollte mal wieder hier reingehen. Immerhin haben wir irgendeinen Helden. Ich war wieder so aufgeregt, dass ich unbedingt einen Helden spielen wollte, dass ich es ein bisschen verkackt hab. Hätten wir ein bisschen eher schon spielen können. Aua. Was hat mir denn jetzt gerade? Stromschock verpasst. Frechheit. Na, zu weit weg. Na, na, na. Aua. Da hinten ist ein Helden. Auch ein gegnerischer. Verschwindet. Hallo, Wei. Was geht, Wei? Der blöd, Mann. Mann, ich hab gehofft, ich sehe hier einen Gegner, aber hier ist keiner. Nur der hier. Ich hätte gerne ein paar mehr Gegner. Ist das denn zu viel verlangt, Freunde? Ja, hau nur ab. Ich muss hier weiter, Mann. Ich muss zurück. Kollege, rette dich. Ho, ho, ho. Ich hab noch nichts gemacht mit Blue. Leider. Imperator ist so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaub, der weiß nicht, ob er herkommen soll. Ach, Freunde, der Sonne. Aber wir müssen Rückzug machen. Go, go, Power Ranger. Komm ich irgendwo wieder runter? Nö. Wir können hier rein. Oh, all the way. Aua, 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 aua. Hör auf, mir da dämmisch zu machen. Mann, ich will doch was töten. Ich will nicht leichtsinnig werden. Ja, geht doch. Ich hab was getwirtet. Kann man noch zufrieden sein, ne? Ich bin ja ein bisschen irritiert, was ich jetzt nur machen soll. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin ja ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen sehr enttäuscht, um ehrlich zu sein. Irgendwie als Luke lief nicht, ne? Sag ich mal so. Ich stehe mal nach rechts. Als ob mich da irgendwer gesnipert hat. Ich bin ganz am Rande. Und trotzdem snipert mich noch einer. Ja. Das ist doch wieder typisch. Total logisch. Ah, Mann. Jetzt habt ihr mich da gesehen. Dadurch könnte der echt ein bisschen snippern. Jetzt müssen wir wieder den Posten verteidigen. Vielleicht soll ich jetzt wieder zum Sturmsoldaten wechseln. Ich weiß es. Vielleicht am Anfang auch direkt snipern sollen. Vielleicht wäre das ein bisschen cleverer gewesen. Wir versuchen unsere Shuttles zu sabotieren. Hindert sie daran, ihre Sprengsätze zu platzieren. Diese Schiffe sind unser einziger Ausweg. Oh. Naja. Verschwinde bloß. Oh, oh. Leute. Direkt verkohlt. Gerade ist wieder... Ich glaube, wir spielen wieder Eingangssoldaten. Ich glaube, das ist hier besser. Tatsächlich. Wenn dich Yoda gerade verbrennt. Yoda, rette dich mal kurz so ein bisschen, dass ich bei dir spawnen kann. Danke. Mega lieb. Mega lieb. Ob das was bringt, wenn ich jetzt hier einmal rechts ran laufe? Aber wie bezweifle ich's. Ich dachte, das werfe halt im Gegnerkopf. Man kann ja mal träumen. Da war eben noch ein Offizier, ein Offizier, aber der ist auch irgendwie weg. Granate. Ich bin wieder beschädigt, wie immer. Ich beschädige Spieler nur. Ich töte sie aber nicht. Komm schon. Danke. Ist der Flammenwerfer Mann tot? Ja. Gott sei Dank. Wir machen hier gerade mal ein paar Kills und so. Gar nicht mal maximal Kacke. Das ist doch ganz gut, oder? Granate. Nein. Töte mich nicht. Weg mit euch. Ja. Kills, 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 kills. Attacke. Ja, ich bin wieder auf Platz 4. Bin wieder hochgerückt. Hab mich wieder hochgearbeitet. Soll ich Wookie spielen? Nein, komm. Angriff ist gerade okay. Wir bleiben im Angriff. Einfach weiter verteidigen. Oh. Attacke. Ach Mann, wäre der blöde ATS hier nicht gewesen, dann hätte ich so Panik geschoben. Der hätte vielleicht noch ein bisschen mehr gekillt. Pass auf dich auf. Ich will bei dir spawnen. Rette dich. Dankeschön. Sehr sozial von dir. Ich glaube, hier sind aber auch Gegner, ne? Man sieht sich. Hass. Ich würde gerne einen Helden spielen. Obi-Wan zum Beispiel. Natürlich kann ich jetzt gerade wieder nicht wählen. Alle Trucks. Wir verlieren den Kurs in den Hangar. Anhalten der Vorderung. Ich weiß nicht. Seit der letzten Folge mobbt mich das Spiel von vorne bis hinten. Ihr seht es ja selber. Ihr kriegt es doch selber mit. Ich weiß nicht, warum ich keinen Helden richtig spielen darf. Außer am Anfang. Alles danach? Nö. Das ärgert mich. Die sind wieder hell geworden. Das sah aber nur so aus, glaube ich. Oder es mobbt mich trotzdem einfach. Es mobbt mich einfach. Ja. Ja. Granate. Zwei Leute. Zwei Leute getötet. So lobe ich mir das. Aua. 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 Noch jemand? Hä? Du hast es bei dir. Da ist doch hier irgendwo ein gegnerischer Held, oder nicht? Über uns wahrscheinlich. Ich bin quasi unter denen. Zehn. Neun. Aua. Nein. Ich dachte, ich könnte es schaffen. Ich dachte, ich könnte es schaffen. Ich dachte, zu viel. Soll ich nochmal im Wookiee spielen, oder? Ich weiß nicht. Ich habe immer noch Hoffnung, dass ich vielleicht doch noch einen Held spielen kann. Wisst ihr? Die Hoffnung stirbt ja allgemein zuletzt. Da hätten sie ganz viele tolle Gegner. Und da ist Grievous links. Ich glaube, Grievous ist tot. Spieler beschädigt. Ich würde mich sehr freuen, wenn jetzt ein Held sterben würde. Könnte ich nämlich wieder einen Helden spielen. Einfach, einfach sterben. Drei. Zwei. Okay. Ich probiere es immerhin. Äh. Au, 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 au. Was war das denn? Ah, da war der Flammenwerfer, Dude. Ich habe die nicht gesehen. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Kann er nicht in den Helden töten? Okay, ich höre auf damit. Schildtür halb geschlossen. Schildtür halb geschlossen. Ich sehe nix. Ich bin blind. Da eine Granate rein. Da eine Granate rein. Ach, Mensch. Na gut, wir spielen nochmal einen Wookiee. Wer soll's. Mit Luke lief's ja überhaupt nicht. Er hat mich immer noch ein bisschen sehr. Um ehrlich zu sein. Konsole A verteidigen. Den haben sie fast. Go, go, Power Ranger. Ich gehe nochmal hier. Da rechts zu dem Gang. Ich wirf's ja einfach hin. Oh. Habst du gar was gekillt? Au, ah, ah. Blöder. Duff Maul. Naja. Da habe ich dich, Duff Maul. Da habe ich dich. Doof gelaufen für dich. Da sind einfach überall gegnerische Helden. Ich bin so triggered. Ich hab eh gleich gewonnen. Aber... Komm, komm. Sie haben meinen Generator zerstört. Oh, das waren aber viele, Leute. Attacke. Attacke. Doch, ich hab noch ein bisschen Schaden gemacht. Platz 2. Wir sind noch hochgekommen auf Platz 2. Irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Mann. Ich bin eine erfolgreiche Runde. Danke wieder fürs Zusehen bei Battlefront 2. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sind ganz gut vorangekommen. Aber allgemein sind wir anscheinend nur gefühlt Gegner. Aber in meinem Team... Platz 2. Immerhin. Immerhin. Da fürs Zusehen. Like, Kommentar. Und bis dann. Und tschau. Tschau.